Moin Moin, Timo hier von DateStraTools.de. Es geht wieder um Ease und es geht nochmal um die GP3-Strategie. Was kann ich alles einstellen? Wie kann ich die GP3-Strategie mit Ease handeln? All das jetzt in diesem Video, GP3-Strategie Teil 2. So, willkommen zurück. Im vorhergehenden Video habe ich euch schon so ein paar Settings der GP3-Strategie erklärt, beziehungsweise welche Sachen ich mit Ease von der GP3-Strategie handeln kann. Heute gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail und ich zeige euch noch ein paar andere Sachen, die man ebenfalls von der GP3-Strategie automatisiert traden kann. So, geh mal rein. Ich habe da letztens GP3-1 hier erklärt, was man dort alles einstellen kann. Heute gucken wir uns GP3-2 an. So, was haben wir denn hier? Wir haben folgendes, was wir einstellen können. GP3-Wert, Signal, Entrybox, Beginn und Ende. So, wenn ich das Ganze hier auf Signal stelle und zum Beispiel Long, was heißt das genau? Wir sehen hier, beziehungsweise ich mache mal folgendes, damit man es besser sehen kann. Ich schalte mal hier das Band aus und den Trend aus. So, seit ich nur meine Signallinie hier im Chart habe und wir machen folgendes, machen die Einstellung wieder auf und ich kann jetzt das Signal handeln mit GP3-Wert Signal Direction Long. Heißt, ich habe hier meine Signallinie, die hier Long verläuft und ich kann sagen, Breaking Short, Breaking Long. Was heißt das? Und zwar, unsere Signallinie verläuft hier. Breaking Short heißt, der Kurs ist über der Signallinie. Er trifft auf die Signallinie, bricht sie Short in dem Moment, also genau hier und das kann ich mir zunutze machen und sagen, okay, wenn die Signallinie Long ist und das Ganze Short gebrochen wird, also weil wir hier runterkommen, sind wir Short in dem Moment, dann möchte ich gerne, dass ein Trade ausgeführt wird oder dass der Slot freigegeben wird oder mir ein Signal im Chart angezeigt wird. Das kann ich hiermit festlegen, wenn ich sage, hier Signal soll Long sein und das Ganze soll Breaking Short gebrochen werden, dann möchte ich ein Signal bekommen. Ich kann wie immer hier eine Distanz nach auswählen, sodass nicht direkt, wenn der Kurs hier auf die Linie trifft, das Signal ausgeführt wird bzw. getriggert wird, sondern ich kann sagen, okay, ich möchte, dass das Ganze schon ein bisschen vorher passiert, wenn die Signallinie irgendwie fünf Punkte vorher ist oder zehn Punkte drunter. All das kann ich hier entsprechend einstellen. Ich bekomme übrigens auch Hilfen angezeigt, immer wo so Fragezeichen sind. Da kann ich mit der Maus draufgehen und dann entsprechend bekomme ich auch nochmal eine Erklärung, was genau diese Option macht und hier steht es auch, genau erklärt. Positive Werte, negative Werte kann ich hier eintragen und das heißt einmal entweder ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter. Also das kann ich hier ganz genau spezifizieren. So, umgekehrt kann ich das natürlich auch auswählen, wenn ich sage, Signal ist Short und ich möchte, dass das Ganze Long gebrochen wird. Also machen wir das hier mal ein bisschen beiseite. Und wir haben hier unsere Short-Signallinie. Und zum Beispiel, wenn der Kurs jetzt wie hier an die Signallinie läuft und ihn diesmal Long bricht, weil das hier, das ist ja hier eine Long-Kerze, wenn der Kurs quasi hier hochläuft und die Signallinie, die momentan Short ist, bricht, dann möchte ich gerne Short einsteigen und entsprechend hier runter handeln. Das kann ich einstellen, indem ich sage, hey, das ganze Ding soll jetzt Long gebrochen werden. Also Signal, Short, Breaking Long und dann kann ich entsprechend mir das hier so einstellen. So, was haben wir noch? Wir haben noch die Entrybox. Entrybox habe ich in meinem Video, als ich die GP3-Strategie ganz genau erklärt habe vor ein paar Wochen, genau erklärt, was die Einstiegsbox sind, was die machen, wann die auftauchen. Und wir haben hier zum Beispiel so eine Einstiegsbox, die ist grün. Grün heißt, die Kurse werden wahrscheinlich steigen, beziehungsweise hier ist ein guter Long-Einstieg. So, und mit East kann ich das Ganze noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen handeln, beziehungsweise kann genau handeln, wo ich denn einsteigen möchte. Also, ich kann hier festlegen, Entrybox Beginn. Entrybox Beginn ist hier oben an der Box. Wenn diese Entrybox grün ist, also Long, zeichne ich nochmal hier hin, machen wir mal auch, dass es schön aussieht. So, das ist meine Entrybox Long. So, Entrybox Beginn Long heißt, oben, wenn die Box beginnt, genau hier, kann ich hier einstellen, wenn dort der Kurs drauf trifft, und zwar Breaking Short wieder, weil der Kurs kommt ja von oben und bricht quasi den Beginn der Box mit einer Short-Kerze. Dann kann ich das Ganze hier entsprechend einstellen und dann auch handeln lassen. So, umgekehrt, wir haben wieder unsere Einstiegsbox hier Long. Ich kann auch sagen, hey, ich möchte das Ganze am Ende der Box handeln. Also, hier war ja der Beginn, hier ist das Ende. Dann kann ich sagen, okay, Entrybox End, Box ist Long, wieder Breaking Short. Dann wird der Trade erst ausgelöst, wenn wir uns hier unten an der Box befinden. Also, nicht hier oben, sondern hier unten. Kurs kommt hier runter, läuft in die Box rein und in dem Moment, wo wir auf das Ende der Box, auf die untere Linie treffen, dann entsprechend möchte ich gerne Long gehen. Und das kann ich so einstellen, Entrybox End, Direction. Der Box ist Long, Breaking Short. Und wenn ich jetzt auf Apply drücke, muss ich hier noch Long einstellen. Habe ich schon gemacht. So, und dann wird quasi das Slot freigegeben, wenn die Kriterien erreicht sind. So, Short kann ich natürlich das Ganze wieder umkehren und sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Short-Kerze, sage Entrybox Begin, Direction ist diesmal Short, weil es ja eine Short-Box ist, eine rote Box. Und Breaking Long. So, was heißt das? Wir haben wieder eine Box. Das ist ja diesmal meine Short-Box. Entrybox Begin, haben wir jetzt diesmal diese untere Linie, weil wir sind hier spiegelverkehrt. Und Entrybox End ist die obere Linie. Also wir sind hier entsprechend, der Kurs ist hier, er läuft zurück in die Entrybox. Und in dem Moment, wenn ich hier sage Entrybox Begin, Breaking Long, weil die Kerze, die hier hochkommt, ist ja eine Long-Kerze, wird der Trade getriggert, wenn wir hier den Begin der Entrybox erreichen. So, umgekehrt, ich kann auch wieder sagen, okay, Ende, Entrybox End, sehe dann so aus, das ist der Begin, das ist der, umgekehrt, das ist das Ende, das ist der Begin der Box, das ist unsere Short-Box. Und wenn ich hier auf Entrybox End stelle, der Kurs kommt hier runter, läuft zurück in die Entrybox und in dem Moment, wo die obere Linie, also das Ende der Box erreicht wird, also genau hier, wird dann der Slot freigegeben, beziehungsweise der Trade getriggert. So, ich kann ebenfalls wieder einen Wert noch einstellen, wo ich das ein bisschen fein justieren kann. Also soll direkt genau hier an den Linien der Trade ausgeführt werden oder das Signal angezeigt werden. Oder wenn wir uns ein bisschen darunter befinden, ein bisschen darüber befinden, das kann ich wieder mit der Distanz hier entsprechend einstellen. So, und wie immer kann man das natürlich mit anderen Indikatoren noch verbinden. Ich habe euch ja schon ein paar Strategien mit GP3 gezeigt, GP3 Momentum zum Beispiel, GP3 Keltner Channel. Die Strategien habe ich euch ja schon vorgestellt. Also das kann man, wie gesagt, miteinander kombinieren, miteinander verbinden und da kann man definitiv sehr feine, sehr genaue Strategien bauen und erstellen und auch mal das Ganze durch den Backtester jagen. Und so kann man relativ schnell herausfinden oder man bekommt ein Gefühl dafür, okay, ist das eine Strategie, die wirklich profitabel ist oder ist das einfach nur eine Idee, die ich jetzt so hatte, aber die bringt irgendwie gar nichts, weil sie gar keinen Profit erwirtschaftet. Also das ist der große Vorteil an Ease, am Strategiebilder. Ich kann mal eben Strategien bauen, durch den Backtester jagen, neue Strategien bauen, bis ich was Profitables gefunden habe, was auch zu mir, was zu meinem Zeitplan passt und auch, ja, was zu mir als Person passt. Gut, das war GP3 Teil 2. Im nächsten Video schauen wir uns noch ein bisschen Vipoc an. Vipoc ist ja ein Tool vom Orkan Kujas und das kann man mit Ease auch automatisiert traden, automatisiert handeln lassen. All das im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.